Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeitgedanken Night Talk. Für all diejenigen, die noch eingeschaltet haben und Halbzeitgedanken Night Talk noch nicht kennen, naja, der ist entstanden aus Halbzeitgedanken, dem Podcast. Dieser hat halt unterschiedliche Themen zu allem, was meine Gäste und mich betrifft. Beim Podcast habe ich mir die Gäste rausgesucht und war neugierig auf ihre Geschichten. Bei Halbzeitgedanken Night Talk ist das etwas anders, denn da gebt ihr das Thema vor. Ihr seid diejenigen, die mir sagen, um welche Themen es geht. Aber wo Themen? Stefan? Wir sind wieder vereint und ich muss sofort eine rhetorische Grätsche machen, weil Robert aus Hamburg rief an, außerhalb der Sendezeit, aber trotzdem sehr intensiv haben wir gesprochen. Und er hat den Podcast, er ist ein sehr fleißiger Hörer deines Podcasts und er hat festgestellt, Stars, Sternchen. Du hattest ja schon eine US-amerikanische Sängerin in deinem Podcast und auch Poppich ging es einher mit Michaela Rose, die Sängerin von Arabesque und er fragte einfach nach, hey, wann kommen die nächsten Stars und Sternchen? Und ich fragte dann, was ist denn so wichtig an dem Thema? Und er sagte, mich würde einfach mal interessieren, wie Stars und Sternchen mit diesem steten Druck umgehen. Weil wenn jemand auf der Bühne steht und er muss abliefern, okay, für die einen ist es nur ein Lampenfieber, was vonnöten ist, für andere ist es manchmal wirklich unüberwindlicher Druck, trotzdem wird es gemacht. Und darüber wollte Robert sprechen, darüber kannst du sprechen, weil du kennst deine beiden Sendungen mit den Künstlerinnen. Was ist mit diesem Druck, was hat es damit auf sich und war das auch ein wichtiger Punkt in den beiden Sendungen? Das war absolut ein wichtiger Punkt in beiden Sendungen und zwar ging es um Christi. Christi ist eine US-amerikanische Sängerin, die erklärt, wie sie zur Musik gekommen ist, was ihr passiert ist und das war total spannend. Aber um das nochmal vorwegzunehmen, es gibt da sicherlich Unterschiede und in diesen beiden Sendungen wurde klar, welche Unterschiede das sind. Nämlich einmal der Unterschied, ich kann abstürzen und mich wieder auffangen oder, wie es bei Arabesque der Fall war, ich ziehe da eine Linie durch und gehe ganz gut damit um. Also bei Christi war das zum Beispiel so, sie ist geboren in den USA, ist dann zur Musik gekommen und hat eine Laufbahn beschrieben, die geprägt war von Drogen, Alkohol, sexuellen Askapaden, nennen wir das mal so. Und es war eine echt schwierige Zeit und ich erinnere mich gut, wie wir uns darüber unterhalten haben. Wir saßen am Tisch, hatten was zu trinken, was Alkoholfreies zu trinken und sie hat dann wirklich erzählt, bis ins kleinste Detail, was da passiert ist. Und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, weil ich war der Meinung, währenddessen sie erzählt hat, dass man da nicht ohne weiteres rauskommt. Und hat sie alleine auch nicht geschafft, sie hat sich Hilfe geholt. Und das war wirklich beeindruckend, wie sie das gemacht hat. Denn ich denke mal, von allein da rauszukommen aus diesem, nennen wir es mal Sumpf, ist glaube ich nicht möglich. Da braucht man eine innere Bereitschaft, man braucht Hilfe von außen. Und aufgrund ihres Mannes, den sie dann kennengelernt hat, der mit ihr nach Deutschland gegangen ist, um ein neues Leben aufzubauen, ist ihr das auch gelungen. Und das ist absolut bravourös. Jetzt mittlerweile ist sie trocken, sie hat eine Familie, sie macht wieder Musik, sie ist wieder dabei, ihr Leben neu zu ordnen und das macht sie wirklich gut. Also das ist schon eine Geschichte, die mich echt beeindruckt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Was wäre dann sozusagen dein Job, wenn du jetzt so einen Menschen kennst? Müssen wir, musst du ihn dann missionieren und sagen, bitte nimm die Hilfe an, ich bin da, Tag und Nacht? Oder musst du einfach nur dokumentieren, dass du da bist? Und der Impuls kommt dann durch denjenigen, der unter diesem Druck leidet? Oder wie ist das zu sehen? Du hast es schon gut erklärt. Also ich denke mal, missionieren wäre völlig falsch. Meines Erachtens nach. Ich denke mal, man muss Menschen, die in so einer Situation sind, schon erstmal klar machen, dass man da ist, wertfrei da ist. Dass man einfach unterstützt, dass man sagt, wenn ich dir helfen kann, werde ich alles dafür tun, um dir zu helfen. Und auch die Bereitschaft erklären und vor allen Dingen es auch wirklich machen und nicht nur erzählen. Und der Rest, denke ich mal, muss von demjenigen selbst kommen. Also er muss bereit dafür sein, die Situation ändern zu wollen, ändern zu können. Er muss sich im Notfall, wenn es nicht alleine geht, was ja meistens der Fall ist, auch Hilfe holen. Und natürlich bin ich, wenn ich befreundet bin mit demjenigen oder zumindest im Freundeskreis bin, ist es auch einfach meine Aufgabe zu helfen, so gut es geht. Ich bin ja kein Psychologe, ich bin kein Berater in dem Sinn, aber ich kann natürlich mit meiner Kraft, mit meiner Freundschaft, mit meiner Energie für denjenigen da sein und ihm versuchen, da irgendwie rauszugehen. Stichwort Energie. Energetisch war ja auch dein Zusammentreffen mit Michaela Rose. Wobei mich würde jetzt noch mal im Nachgang interessieren, Frank, Michaela Rose, Popmusik. Christy, wo lag dort? Rock. Rock. Ganz klassisch Rock. Dann kommt mir ja als immer so, auch klassisch in den Hinterkopf, Rock, Nirvana, Kurt Cobain. Das war ja, Amy Winehouse, das waren ja auch alles so krasse Menschen. Gibt es da eine Rückkopplung zwischen der Musik, die ausgeübt wird, und dieser fast schon selbstzerstörerischen Art? Ich glaube, bei Michaela Rose, ich komme deswegen drauf, sie hat mal gesagt, sie ist ja so, mit der Popmusik, es ist leichtfüßig, es ist jetzt nicht unbedingt inhaltsschwer, und es ist vielleicht das Tanzen im Mittelpunkt. Und bei anderer Musik sind es vielleicht eher Inhalte oder zu verarbeitende Geschichten, wie Trennungsschmerz, ist das vielleicht auch immer noch additiv noch mal das negative Sahnehäubchen auf dieser druckvollen Situation? Schwierig, weil ich bin kein Musiker, ich kann mich da nicht in diese Lage hineinversetzen, ob der Musikstil was damit zu tun hat, wie man damit umgeht, ich weiß es nicht. Kann ich mir gut vorstellen, zumindest hört man immer aus Kreisen, Rockmusiker, und das ist so eine wilde Szene, aber ich denke mal, dass auch sicherlich in dieser seichten Musik, Schlager, wie auch immer, es auch da nicht einfache Seiten gibt. Also ich bin mir da ziemlich sicher. Und Michaela von Arabesque ist das beste Beispiel dafür, dass es auch anders geht. Und das ist natürlich eine Geschichte in meinem Podcast gewesen, was übrigens ein Videopodcast war. Könnt ihr euch einmal anschauen, bei Halbzeitgedanken. Also so eine lebenslustige Frau, lustig, hat natürlich auch ihre schwierigen Seiten gehabt im Laufe dieser ganzen Jahre, aber sie hat es immer geschafft, aus einem anfangenden Tief wieder nach oben zu kommen. Und das fand ich beeindruckend. Und wenn man mal ihre Geschichte, Revue passieren lässt, was da alles passiert ist. Arabesque war damals mit in den 70er, 80er Jahren eine wirklich angesagte Band, aus der auch Sandra hervorgegangen ist zum Beispiel. Und ich habe Michaela besucht mit meinem Team bei ihr zu Hause. Ich stand da im Wohnzimmer und sah diese Wand voll mit goldenen Schaltplatten und mit vielen Preisen. Und auch ein Buch zum Beispiel, wo Arabesque mit Abba zum Beispiel abgebildet ist. Weil nämlich damals Arabesque und Abba einen ziemlich gleichen Stellenwert hatten, was mir gar nicht bewusst war. Und sie hat das erzählt mit einer Leichtigkeit, mit einer Fröhlichkeit, mit Dingen, also die ich gesagt habe, wow, in so eine Geschichte kann man gehen. Und es ist auch bei ihr, auch wenn es so leicht rüberkommt, keine leichte Geschichte gewesen. Aber ich denke mal, und da gebe ich dir recht, Stefan, dass der Druck in dieser Szene oder überhaupt in diesem Bereich, was Medien angeht, sei es nur Schauspieler, sei es Musiker, schon groß ist. Also man hat einen großen Erwartungsdruck, man muss gewisse Dinge erfüllen. Man hat eigentlich kein Privatleben mehr. Wenn man Pech hat und man steht ganz oben, ist man, man kann nirgendwo mal hingehen, ohne von irgendjemandem gefragt werden. Also ich stelle mir das schon ziemlich schwierig vor. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich habe Michaela damals eine Frage gestellt, die mich die ganze Zeit während des Interviews beschäftigt hat. Ich habe sie ziemlich am Ende des Interviews gestellt und habe sie gefragt, ob es dieses Geschäft, dieses Leben, was sie geführt hat, ob sie das irgendwie verändert hat. Und ich habe jetzt gedacht, da kommt so eine Antwort wie, ja, das hat das mit einem anderen Menschen gemacht oder das hat mich runtergezogen. Oder es hat irgendwie, nee, sie hat gesagt, ich zitiere das mal, die Zeit hat mich nicht verändert, sondern sie hat mich wachsen lassen. Und das war eine Aussage, die mich schon erstaunt hat. Liegt wahrscheinlich einfach an der Tatsache, dass sie total daran aufgeht, in der Musik und in ihren Darbietungen auf einer Bühne. Obwohl ja die Hits längst vergangen sind, obwohl in Deutschland der Erfolg ja nicht so riesig war, sondern ja im Ostblock und im asiatischen Bereich. Sie bereist ja auch immer noch den Globus und freut sich, und das habe ich einfach mitgenommen aus dieser Sendung auch, freut sich ganz diebisch über die Zuneigung und die Empathie, die ihr entgegengebracht wird. Und dieses Damen-Trio ist immer noch ganz ambitioniert unterwegs. Ähnlich übrigens ist ja auch ein Freund von mir, Markus Mörl, Ich will Spaß. Ja. Der hat ja auch im Prinzip nur mit zwei Hits zu tun, die Taschenlampe und Ich will Spaß. Trotzdem ist er nicht dran verzagt, ganz im Gegenteil. Er geht auch nach all den Jahrzehnten ganz locker auf die Bühne, weiß drum Bescheid, dass die Leute ihn nur deswegen heim- und aufsuchen, um diese beiden Hits zu hören. Es sind natürlich noch ein paar andere Titel, aber er geht darin auf. Und wenn du wahrscheinlich, es ist dann typbedingt, und wenn du dir versuchst, das nicht schönzureden, sondern du akzeptierst diese Veränderungen, dann ist es möglicherweise auch gut für deinen Seelenheil. Und du rutschst dann nicht unbedingt ab in Sachen Alkohol, Drogen oder Depression. Wir haben ja gerade den aktuellen Zustandsbericht einiger bundesdeutscher Comedians gehört, wo man dann auch bass erstaunt war. Kurt Krömer, der andere Herr Drähter, und die gehen ja sozusagen ganz bewusst an die Öffentlichkeit, um darüber zu sprechen, um das auch selbst für sich zu verarbeiten. Wenn du Druck verspürst, weil du hast ja auch einen gewissen Druck, diese Sendung zu transportieren, wie gehst du mit Druck um? Also ich empfinde Druck als Mittel, um natürlich eine gewisse Leistung zu bringen. Nun muss ich dazu sagen, ist ja den Druck, den ich hier habe, ein ganz anderer als jemand, der richtig in der Öffentlichkeit als da steht. Also das wäre auch eine Frage an dich zum Beispiel. Du bist ja auch jemand, der schon seit vielen, vielen Jahren Musik macht, seit vielen, vielen Jahren auf der Bühne steht. Hast du denn da einen gewissen Erfolgsdruck? Oder bringt er dich mit irgendwas durcheinander? Ja, das sind Fragen. Ja, ja, dafür sind wir hier. Ich bin ja letztendlich dein redaktioneller Sidekick. Ja, aber wenn du mir jetzt natürlich so einen Ball zuspielst, willst du ihn natürlich auch zurückschießen. Will ich ihn natürlich einmal zurückspielen und mal fragen. Das verursacht sofort Druck. Ja, das ist das Thema. Das ist das Thema. Ja. Das ist das Thema, wie man mit Druck halt umgeht. In dem Moment, wo man etwas macht, was man liebt, sollte ein jeder irgendwie den Job bekleiden, den er liebt und den er einfach voller Inbrunst und Herzlichkeit ausfüllt. Und wenn das so ist, kannst du auch mit Druck, mit Lampenfieber viel besser umgehen. Aber das hätte ja, entschuldige, dass ich dir ins Wort falle, das hätte ja aber als Umkehrschluss die Frage oder die Aussage, dass all die Leute, die in dieser Szene abstürzen, das nicht mit Liebe machen. Nicht alle, aber ein paar, wenn ich dran denke, an Roy Black. Ja. Roy Black oder auch Rex Gildo, das waren ja am Schlager, Sänger am Schlager-Firmament. Aber wenn du... Roy Black, der übrigens immer Rockmusiker werden wollte und nie Schlager-Sänger. Richtig. Und auch damals noch die Verheimlichung des Schwulseins, das verursacht wahrlich Druck. Und damit irgendwie umzugehen und immer das Tod zu schweigen. Wenn man tatsächlich seine Neigung auch einfach diesen positiven Exhibitionisten, dass man sagt, hey, ich bin auf der Bühne, hier bin ich, wenn man darüber spricht und wenn man, wie gesagt, mit voller Leidenschaft, das macht, dann kann man mit so einem Druck durchaus umgehen und dann ist die Gefahr relativ gering, irgendwo anzuhaken, zu straucheln. Weil die Versuchung ist ja in jeder Branche groß, in unserer Branche noch größer. Und da kommt es halt darauf an, in welchen Kreisen man sich halt umgibt, ob man genauso offen wie auf der Bühne auch in seinem privaten Bereich einfach mal offen mit Freunden spricht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es ja deine Sendung für die Leute, die dann keinen Ansprechpartner haben, keinen Gesprächspartner. Und insofern mache ich jetzt einfach ein bisschen Reklame und Werbung für dich und deine Sendung. Das E-Mailen, das Telefonieren mit dir ist nicht die ultimative Lösung, aber du bist wie ein Coach in der Position, dass du Dinge anstupst und dass man einfach vielleicht mal darüber sinniert, was man selbst machen kann. Und manchmal sind Dinge einfach nur verdeckt, versteckt und du deckst sie auf. Naja, ich bin in dem Sinn kein Lösungsmittel, sondern ich bin halt jemand, der zuhört. Und ich höre mir das an und vielleicht haben wir die Möglichkeit, darüber zu reden und kommen auf irgendeine Lösung und wenn es so eine kleine ist und wenn jemand zuschaut und sich das anhört und sagt, wow, das hat mir was gebracht, das ist im Grunde mein Anliegen an der ganzen Geschichte, dass die Leute sich das anhören und sagen, wow, es gibt jemanden, der hat das und das Problem, hat es so und so gelöst und ich konnte davon profitieren. Und das wäre natürlich mein Wunsch und das ist das, was Stefan auch schon sagte. Also wenn ihr jemand seid, der zum Beispiel auch in dieser Musikbranche unterwegs ist und da irgendwas beisteuern kann, an wichtigen Infos, vielleicht sogar an eigenen Erfahrungen erzählen kann, dann schreibt mir eine E-Mail, ruft an und dann reden wir drüber. Und da braucht es auch kein Lampenfieber. Hast du noch Lampenfieber, wenn du auf irgendwo hingehst? Immer. Immer? Was machst du dagegen? Gar nichts, weil man ist sehr aufmerksam und man ist sehr nah bei der Sache, denn Lampenfieber erinnert einen immer, dass man sich konzentrieren muss. Aber Lampenfieber habe ich ja auch bei dieser Sendung. Das kann schon mal dazu führen, dass man auf einmal alles vergisst, was man sagen wollte. Auch das passiert. Das passiert. Aber mittlerweile sagt die Uhr, wir haben es wieder geschafft. Ja, leider Gottes. Die Zeit vergeht immer so schnell. Mir bleibt nur Dankeschön zu sagen, Dankeschön an Stefan, danke an mein Team, danke an euch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Halbzeitgedanken Night Talk. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbzeitgedanken. Heute wird es international, denn mein Gast kommt aus den USA. Sie ist da geboren und aufgewachsen und lebt mittlerweile in Twistringen in der Nähe von Bremen. Sie ist eine hervorragende Musikerin, hat es allerdings auf diesem Weg nicht immer so einfach gehabt. Und was ihr so alles wieder erfahren ist, das erzählt sie uns heute in einer neuen Folge von Halbzeitgedanken. Und ich freue mich sehr, dass sie da ist. Hallo Christy. Hallo Frank. Schön, dass du da bist. Dankeschön. Aufgeregt? Bisschen. Bisschen. Aber du bist ja ein Profi, ist man nicht mehr so schnell aufgeregt. Christy, wir wollen heute ein bisschen über dich sprechen. Über deinen Werdegang, was du so erlebt hast. Du bist geboren in den USA. Ja. Wo bist du da geboren? Bakersfield, California. Country Music fährt mir dazu. Ja. Geprägt von Country Music. Auf jeden Fall. Du bist an die Schule gegangen, ganz normal? Ja, ganz normal. So, nichts Besonderes. Also Highschool. Was ist das für ein Schulsystem? Was ist da angesagt? Ja, ein bisschen anders. Ja, manchmal sagt man, ach, in den USA Schule zu gehen. Ja, so, ja, was kannst du von Highschool lernen? Es ist ganz anders als Gymnasium. Wir haben kein Latein oder sonst was. Also nur in die Privatschulen kriegt man sowas. Aber, ja, ich habe genug gelernt, sage ich mal. Da kann man noch zu. Haben wir uns da schon im Vorfeld drüber erhalten. Du bist, du hast eigentlich eine vernünftige, oder ziemlich vernünftige Kindheit gehabt. Relativ, ja. Bis zu einem gewissen Punkt? Ja, bis zu einem gewissen Punkt. Und dann war es schwierig. Aber, also, ich bin ganz normal, middle class, 1970, ohne Sitzgürtter im Auto, reiten hinten im Pickup-Truck. Ja, mit unseren Cowboy-Muts. Wie man sich das so vorstellt. Ja, ja, es war wirklich, ja, es war wirklich so. Und, also wirklich mit Cookie-Cutter-Houses so einstöckig, also da waren keine Treppen überhaupt zu sehen. Und, so, so die Häuser, so direkt nebeneinander, so, und Straße, 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 Straße. Also, es war, sah aus wie ein, ja, ein TV. Okay. Deine Eltern haben ein Geschäft gehabt, beziehungsweise sind sie selbstständig in der Computerbranche. Ja, in der Computerbranche. Also, es war ein Service-Business, wo die Computer repariert haben. Aber damals, das war, also, die haben sich gegründet, so, eröffnet, so, sage ich mal, in 1977. So, da war keine PCs, da war kein, so, normalen Rechner, da war kein Internet. Naja, dein Handy ist nichts. Nein, 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 es war eine andere, komplett andere Nummer. Und, ja, ich bin damit aufgewachsen, von Anfang an, ja. So, mit den Commodores und alles. Schöne, schöne Musik kriege ich dann gar keine Frage. Ja, die Musik, die von den Commodores und auch die PC, die Commodore 64 und alles. Zu dieser Zeit war das hervorragend. Dann kam, ganz normal, die Schulzeit für dich. Ja, genau. Und, und, dann ist was passiert, was sehr einschneidend in deinem Leben war, sehr unschön. Und, möchtest du uns kurz darüber was erzählen? Ja, also 31. Juli 1983, kurz vor meinem 13. Geburtstag, ist mein Bruder verunglückt in einem Autounfall. Ja, das hat unsere Familie natürlich komplett auseinandergerissen. Und, dann war es eine sehr schwierige Zeit. Meine Eltern, die haben richtig doll getrauert, natürlich, wie Eltern sagen. Heutzutage, also jetzt, dass ich eigene Kinder habe, also verstehe ich das. Aber mit zwölf war es ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich habe versucht, so die Familie zusammenzuhalten, wirklich. Ja, ich. So, weil ich kam mir vor, als die einzige Normale, so in der Zeit. Also, ich war natürlich auch traurig, aber es hat mich nicht zum Boden gebracht. So, was mich wirklich kaputt gemacht hat, war die komplette Verschwendung von meinem Familienleben. Da war keine, wir aßen nicht mehr zusammen. Wir haben, also ich habe meine Eltern drei Jahre lang nicht gesehen. So, morgens bin ich aufgestanden, die waren schon weg. Da war Geld auf dem Tisch, so, dass ich mich versorgen konnte. Und ich kam nach Hause, die waren noch nicht da. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Also, ich bin ins Bett gegangen. Irgendwann waren die, mitten in der Nacht oder so, waren die da. Also, am Wochenenden haben wir uns ein bisschen gesehen. Mein Vater ist abgehauen. Wir hatten damals ein Haus in den Bergen gekauft und mein Vater, so quasi seine Therapie, sagt er, war, dieses Haus komplett fertig zu machen. Also, wir haben das als, so quasi eine Schale gekauft und es war, innen hat es nichts, keine Wände, nichts. Und der hat das alles so mit seinen eigenen Händen quasi fertig gemacht. Und das war seine Therapielösung sozusagen. Ja, genau. Aber es war schwierig. Es ist eigentlich unmöglich oder nicht brachbar, von zwölf Jahren als Mädchen da die Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich musste nichts machen, um mich selbst zu kümmern. Aber ich hatte viele Probleme in der Schule. Ich war sehr dick als Kind, also sehr dick, über 100 Kilo. Mit, ja, 12, 13 war ich, ja, fast, so wie die sagen, 100 Kilo. Und ich wurde sehr viel gehänselt in der Schule. Es war für mich eine schwierige Zeit. Ich hatte, ich konnte mit niemandem darüber reden. Ich hatte ein paar richtig feste Freundinnen, sage ich mal, die mir geholfen haben und deren Eltern auch, die ich heutzutage immer noch Mom und Dad nenne, ja, so, weil die waren einfach nur für mich da als Ersatz. Also hast du niemanden gehabt, mit dem du das mal richtig aufarbeiten konntest? Also niemanden, familiär, ja, das war schwierig. Also ich hatte auch das Problem, dass meine Großeltern, die waren sehr nah an meinem Bruder, also der Bruder, der gestorben ist, der war mein Halbbruder. Aber mein Vater hat ihn adoptiert, sage ich mal. Aber die Familie, meine Mutter, die waren sehr nah mit meinem Bruder, weil er ist teilweise bei denen aufgewachsen. Die haben ihn als ihren eigenen Sohn quasi da zu Hause gehabt. Und ja, ich habe die überhört damals. Das hat mich sehr affektiert, dass die haben miteinander so, die waren fest aneinander. Ich war im Haus und meine Großmutter, die hat geheult mit meinem Großvater zusammen. Also, und sie sagte, ich habe die gehört, sie sagte, warum hätte es nicht Christy sein können? Warum muss es Robert sein? Warum, ja, ja, das war hart. Ja, also, da fingen wirklich an, die Wände hoch aufzubauen, ja, so und ich lasse niemanden rein. Ich habe damals, also ich habe niemanden reingelassen, ja, so, niemand wusste, wie ich war, so, ich war einfach stumpf, ja, ganz oft emotionslos. Ja, also heutzutage, also ich kann auch sehr glücklich berichten, also ich habe ein super Verhältnis mit meinen Eltern heutzutage. Wir haben das alles durchgearbeitet, sage ich mal. Ich habe selbst das lange Jahre, nach lange Jahren Therapie, das durchgearbeitet. Konntest du es da in den USA aufarbeiten oder hast du es erst hier gemacht? Ich sage mal, ich habe vieles versucht, versucht mal in Amerika aufzuarbeiten, aber ja, da war das andere Problem da im Spiel. Und ja, man kann nur einmal auf einmal machen. Wie ging es denn dann weiter, als du dann einigermaßen über den Punkt hinweg warst? Also ich hatte mit 15, ja, kurz vor meinem 16. Geburtstag, bin ich mit meiner Mutter zusammengegangen nach San Diego und wir haben beide Magenverkleidung-OPs gehabt. Ja, so wie eine Mutter-Tochter-Erlebnis, also so komisch, wir sind Amerikaner, ja, so was machen wir. Ja, was machen wir zusammen? Ja, lass uns eine Major-OP haben, ja, so. Und da, so ab 16 hat es wieder, hat es dann angefangen für mich so anders auszusehen, das Leben. So, meine Eltern, die waren einigermaßen wieder in meinem Leben und die haben, ich kann es also, ich war Kind, ja, so, ich habe die ziemlich ausgebeutet. Ja, ich hatte neue Autos, also ich hatte, die haben mir mit 14 ein Motorrad gekauft und ich bin mit 14 so ein Motorrad überall gefahren, weil die waren nicht da, ja, so wie ich sagte. Also ohne Führerschein, ohne einfach so? Nein, gar nichts, also, aber in Amerika haben wir das nicht gebraucht. Ach so, okay. Also, ich war legal, ja, es war legal für mich, aber ich könnte, also ich habe, und ich habe das Ding auf der Autobahn, also in Amerika auf dem Freeway auch genommen, mit 14 so rumfahren. Wenn ich heutzutage darüber nachdenke, so meine Kinder mit 14 also so fahren zu lassen, denke ich, ach, keine Chance. Keine Chance. Wahnsinn. Und, ja, so habe ich ein Auto bekommen, also da habe ich auch meinen Führerschein, meinen Papi-Führerschein, sage ich mal, dürfte noch nicht alleine fahren, habe ich trotzdem gemacht und dann mit 16 meinen Führerschein bekommen und dann war ich weg. Weg, ja, so, und ich hatte auch. Weg heißt von zu Hause raus? Nein, also ich war so einfach, ich könnte überall. Freiheit. Freiheit, ja, ich hatte Freiheit, also, und ich habe es auch benutzt, ja. Okay. Obwohl, also, ich verstehe das auch nicht, also mein Bruder war in einem Autounfall, aber da war überhaupt kein Problem anscheinend für mich so im Verkehr. Weiß man denn was? Ja, weißt du denn, hast du jemals rausbekommen, was da genau passiert ist, was da zu dem Unfall geführt hat? Also, die gehen davon aus, dass es tatsächlich ein Problem mit dem Auto war. Okay. Es war, er fuhr damals ein Mustang GT, so als die ganz neu waren, also, und das war ein, es war nagelneu, also 83er Mustang GT. Und, das hat viel horsepower, ja, so ganz viel PS und, und er war nicht ein langsamer Fahrer. Der war auch ein riesengroßer Mensch, also, der war fast zwei Meter groß, mit 18 und in den Marines, also, der war militär. Und, er ist am Wochenende weggefahren in Kings Canyon in Kalifornien, fürs Wochenende mit zwei Kumpels. Und, die waren bei dem Auto, als der Unfall passiert ist, also, und eine ist tatsächlich rausgekommen, nach hinten. Also, das Auto, es waren so ganz viele S-Kurven, so in so einem Tal, durch einen Tal und so, da war ein Fluss. Und, das war ungewöhnlich hoch, das Wasser, es hat viel geschneit in dem Jahr und der Runoff kam, das hat geschmolzen und das Wasser war sehr, sehr hoch. Und, das Auto, aus irgendeinem Grund, als die um eine Kurve kam, ist in den Fluss geraten. War aber nur mal irgendwo Eis sein oder glatt. Ja, nee, die haben, so Eis war es nicht, es war August, ja, so Ende Juli, es war heiß, richtig super heiß. Also, es war wahrscheinlich 40 Grad, so Eis, es war nicht, es war, die gehen davon aus, dass, es gibt einen Teil von dem Auto, das so regelt die Steuerung. Auf Englisch heißt das Tie-Rod, ja, es ist eine, so, ja, Stange, sage ich mal, das halten beide Räder zusammen, sodass du die Steuer, dass sie beide gleichzeitig drehen. Die denken, das eine ist tatsächlich gebrochen, diese Stange ist gebrochen und ein Rad ist einfach in der Richtung gegangen und das Auto ist dahin gegangen. Ja, ja, könnte auch sein, ja, letztendlich ist es egal, es ist passiert, ja, also, damals wollten wir natürlich immer hören, so, es war die Schuld vom Auto, es war die Schuld, also, niemand könnte das damals beweisen. Aber es hat dich nicht davon abgehalten, dann zu sagen, jetzt meine Freiheit, mein Auto, jetzt geht die Feuer. Nein, also, ich war eher, ich habe wirklich als Teenager auch gelebt, ich hatte immer einen Spruch benutzt, ich werde sterben, wenn ich 30 bin, so, jetzt muss ich leben. Also, ich wusste ganz genau, dass ich mit 30 sterben würde. Okay, also, ja, also, live fast, die young, ja, also, das war immer, das war immer mein, mein Motto, also, ich, ich war reckless, also, ich, boah, die Sachen, die ich gemacht habe, waren, also, ich war die Verrückte, die absolut Verrückte. Bist du das in Wirklichkeit auch, oder war das nur, war das nur so eine Schutzfunktion, die du angenommen hast? Also, das weiß ich nicht, also, manchmal bin ich tatsächlich die total Verrückte. Also, heute immer noch. Heute immer noch, ja, aber ich, so, heutzutage bewerte ich mein eigenes Leben anders. Klar. Ja, damals war es mir shitegal, ob ich lebe oder sterbe. Ja, klar, ja. Ja, war es auch. Ja. Also, ab und zu habe ich das immer noch, aber da kommen ganz schnell die Gedanken, dass ich Kinder habe. Klar, Kinder, Familie verändern natürlich alles, das ist ganz klar. Ja, das ist ganz klar, ja, also, dass ich heutzutage so anders, ja, anders, ich bin trotzdem so ziemlich abenteuerbereit, sage ich mal. Und ich bin, ich bin die Erste, die total missbaut, ja, also, immer. Ja, dann hast du dich ein bisschen ausgetobt, sozusagen. Ja. Und dann irgendwann auch Gedanken gefasst, was Berufliches zu machen, Geld zu verdienen. Ja, also, ja, ich wollte immer in Richtung Bühne gehen. Ich habe es mir aber nie richtig getraut. Also, ich würde ganz, ganz viel als Kind gesagt, ja, du bist dick, du bist hässlich oder so, du bist nie irgendwas. Also, ich hatte so, Selbstbewusstsein war gleich null. War wirklich ganz tief. Sogar, nachdem ich abgenommen habe, also, ich war immer so wie zwei Personen. Innen drin war ich so klein, richtig so klein. Und dann, wenn ich auf die Bühne war, da habe ich mich so groß gefühlt, ja, so, und ich könnte alles, also, und ich hatte überhaupt keine Angst, also, irgendetwas zu zeigen, ja, und ich wollte das zeigen. Aber, wenn ich negative Kritik bekommen habe, oder so, ach Mann, das war so scheiße, du siehst so furchtbar aus, da war ich am Boden. Ja, ich war wirklich am Boden zerstört. Also, da kämpfe ich damit heute, aber ich gehe anders damit um. Ja, so, ich, wie ich sagte, so, mein Bewertungssystem ist komplett anders geworden. Aber du bist nicht jemand, der von Haus aus bei negativer Kritik zumacht? Oder sagst du, negative Kritik kann ich gar nicht? Nee, also, doch, doch, das kann ich. Es kommt darauf an, so, was die Quelle ist normalerweise. Aber du hast doch viele, viele krasse Geschichten gemacht, also, was ist das krasse Geschichten? Ja, so, mit 14 habe ich, ja, genau, also, genau, also, ich habe als Kassiererin gearbeitet, eigentlich mehrmals, also, ich habe, ich war Delivery Driver, ich habe für Pizza gearbeitet, und mit 16 habe ich einen Lizenz gemacht, als Manikurist, so, ich bin staatlich geprüfte Manikurist und Fußpfleger. Also, ich, das in Amerika, das habe ich in 86 so absorbiert, ich dachte, ja, ich muss irgendwas machen, so, weil ich wollte studieren. Ich wusste, dass ich studieren wollte, so, aber wusste nicht, was ich studieren, was ich machen wollte. Irgendwas studieren, Hauptsache studieren? Ja, also, das Lustige ist, also, was ich wirklich ganz klar erinnere, so, da waren zwei Sachen, die ich nie wollte. Nummer eins, ich wollte nie in Deutschland leben, ich wollte in Europa, ich sagte, so, I'm going to Europe, I know I'm not going to live in America forever, ja, so, ich werde europäisch, ja, das war, oh, großer Traum für einen kleinen Amerikaner, ja. Und, also, Nummer eins, ich will in Europa leben, aber nicht in Deutschland. Okay. Und die andere war, ich werde nie mit Computern arbeiten. Ist ja beides hervor, hat ja beides gut funktioniert. Ja, genau. Das ist herrlich. Ja, herrlich. Warum nicht, gab es einen Grund, warum nicht Deutschland? Mein Vater war in Deutschland stationiert, in der Air Force, der war eine Luftwaffe, also der Air Force in dem Meer, also, und er hat ganz viel über Deutschland gesprochen. Meine Großmutter, die kam aus New York und da waren zwei Sachen, die sie absolut nicht gemocht habe. Und eins war, ähm, Italians, okay, und Germans, okay, die waren aus Brooklyn in den 1920er, die waren die zwei, also, und, also, die hat, ich hasse diese Italiener und ich hasse diese, äh, diese Deutsche, ja, also, so, Deutsche waren gehasst, mein, mein Vater war da, so, das war ein No-Go, ja, will nichts, das mein Vater macht, und, äh, Ja. Und nun bist du in Deutschland. Jetzt bin ich in Deutschland und ich bin IT-Professor. Tja, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Ja, aber ich war Lighting Designer, ich war in, so, meine, meine erste Studium, war tatsächlich hinter der Bühne. Was heißt hinter der Bühne? Hinter der Bühne, also, ich habe, äh, ich habe, äh, Bühnelektrik, äh, gelernt und studiert, ähm, und auch, äh, als, äh, als, äh, als wirklich Designer, äh, so, das ist eine renommierte Geschichte, äh, ja, 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 also, die, das ist eine geile Schule, ähm, äh, und da habe ich, äh, mein Fach gewechselt auf Musik nach zweieinhalb Jahren. Welche Richtung? Opern. Opern. Ja. Wie kommt man von einem Lichtdesigner auf Operngesang? Ja, Musik hat mein ganzes Leben geprägt. Ja, also, äh, ich habe ganz viel Musik gehört, aber meine Familie war auch musikalisch. Also, mein Vater hat Kralinette gespielt, meine Mutter hat Flöte gespielt, mein Vater war auch der Chorleiter, äh, äh, bei der, äh, in der Kirche, äh, so, ich war, so, ich war sehr religiös, äh, aufgewachsen, äh, bis mein Bude gestorben ist. Und dann sind wir aus der Kirche getreten und, äh, war nicht mehr da. Mein Vater war auch der, äh, so, wie nennt man das, so, so, der Drum Major, so, so, in der Merkel hat man so ganz, ganz viele Marschkapellen. Ja, 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 ich habe das ganz von Fußballspieler, und der ganz vorne dabei, so, ich, 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 ich kann mich nie mehr erinnern, wie die heißen, aber das war er. Ja, und, äh, ich kann mich immer noch erinnern, so, 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 diese Fotos von ihm, also, der stand da in den 50er Jahren, ja, so, ja, so, mit diesen großen Staben, so, Uniform, mit diesem Riesenhut. Genau, ja, ja. Ja, und, äh, 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 so, ich dachte, oh, das möchte ich auch. Und ich habe tatsächlich mit sieben angefangen Klavier zu spielen und mit acht Klarinette und, äh, ich habe Klarinette gespielt, bis ich, also, fast täglich, bis ich 17 war. Also, 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 ich, äh, ich kann gut Klavier zu spielen, äh, ich habe auch, aber andere Instrumenten, äh, ausprobiert, äh, und, äh, spielen Worte, also, ich spiele auch Saxophon, ich spiele Posaune, ähm, äh, 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 vor fünf Jahren, äh, habe ich mir Gitarre beigebracht, und jetzt habe ich Ukulele und, äh, so, also, äh, ich sammle Instrumente im Moment, äh, und, äh, es gefällt mir ganz gut. So, ich war zuerst in Band, mein ganzes Leben, also, war immer in Marchingband, äh, äh, in Amerika, und dann war ich auch in der Highschool und hab auch, ich war auch im Chor. Ähm, äh, wusste, dass ich singen könnte, ich habe tatsächlich meinen ersten Gesangsunterricht genommen, mit 16, also, ein Jahr lang, habe viel gelernt, und ich habe ganz viel klassisch gesungen. So, ich habe mein ganzes Leben, quasi, äh, Kindheit und alles mit klassischer Musik irgendwas zu tun gehabt. Opern war einfach, so, entweder ich gehe zur alten Musik, oder ich gehe so in Gesangsrichtung, aber so in Gesangsrichtung muss man ein Fach wählen. Aber Opern ist ja noch mal eine Stufe oben drauf. Ja, und deswegen wollte ich das machen, weil ich dachte, das ist eine krasse Geschichte, und das kann ich richtig, so, da, das könnte, so, boah, wäre es nicht geil, wenn ich sowas machen könnte. Es war wirklich jahrelang, habe ich Gesang studiert, bevor, ähm, es Klick gemacht hat, und ich plötzlich Opern singen könnte. Es war wirklich ein Klick. Ja, so, äh, äh, eines Tages plötzlich hatte ich... Ja, also, es war so, ich, ich würde deine, ich würde wahrscheinlich dein Mikrofon brechen, wenn ich... Ja, genau. Aber es war wirklich, äh, äh, so, wenn ich dieses Volume gefunden habe, so, äh, dass das wirklich eine Halle füllen kann, ohne Mikros, ja, so, das muss, das muss man können. Natürlich. Ja, 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 so, ich habe, ich habe auf dem Tisch gestanden, ach, wie alt war ich denn, so, 21, 22, und, äh, jemand hat mir so, ich wette, dass, äh, dass du auf dem Tisch nicht stehen wirst, und Opern singst. So, 50 Dollar, ja, ich sagte, Money where your mouth is, buddy. Ja, und, äh, so, ich bin tatsächlich, äh, auf dem Tisch so gestanden und habe, äh, ein Aria gesungen, mitten in diesem Sportbar, Sportbar. Ich habe auch ganz viel Applaus gekriegt, das war gut. Das glaube ich. Lustige Geschichte. Wie ging es denn dann weiter? Uff, ja. Dann hast du Opern studiert bis zum Ende, bis Abschluss mit allem drum und dran. Also, äh, mit 19, ähm, was ist 19? Nein, es müsste 20. Mit 20, äh, habe ich mich entschieden, also, ich war schon im dritten Studiumsjahr, äh, bei CalArts. Und wir waren in der Break. Ja. Und, äh, ich hab, äh, ich war mit, äh, mit einem Mann zusammen, der war Komponist und der war auch, äh, äh, an CalArts, aber der wohnte in, äh, Washington, D.C. Okay. Äh, eigentlich in Maryland, oder so, in der Nähe von. Mhm. Und, äh, ich wollte den Sommer mit ihm verbringen. So, äh, ich habe meine Sachen zusammengepackt und wir sind durchgebrannt. Und sind von Kalifornien nach Maryland gefahren. So wahrscheinlich quasi. Und, äh, äh, da war, äh, war ich den ganzen Sommer. Und hatte eine Gesangslehrerin da gefunden und sie sagte, du musst hier studieren. Nicht da an der Westküste, so, weil nichts ist los, äh, in Gesang und Opern und so an der Westküste. Das musst du an der Westküste machen. Also wenn du ehrlich, wenn du ernst bist, ja, wenn du wirklich was machen wirst. Und sie sagte, deine Stimme kann das machen. Ja, sie sagte, so, ich, äh, das, du hast das, was ist, ja, stimmenmäßig gebraucht ist, also um richtig berühmt zu werden. Ich sagte, super, so, ich habe angerufen zu Hause, Mom, ich bleibe hier. Begeisterung am anderen Ende. Ja, ja, okay, ja, wie viel wird es mir kosten? Das ist, was ich gehört habe. Eigentlich ganz viel, weil da war noch eine Privatschule. Das war Johns Hopkins Peabody Conservatory. So einfach der Name sagt, man sieht den Dollarschein wegfliegen. Und, äh, also bekannterweise Universität in Amerika ist sauteuer, wirklich teuer. Ja, also damals war es, ich glaube, 17.000 Dollar nur Gebühr, so, äh, äh, im Jahr. Und das war in, ja, 92, 91, 92 würde das sein. Und, äh, ja, und die haben das alles bezahlt, mitbezahlt. Und, äh, so, ich hatte eine Wohnung dann in Baltimore gehabt und, äh, so, ohne Kreditkarte. Okay. Und da hat die andere Geschichte angefangen, so in Baltimore. Was heißt andere Geschichte? Ja, also da habe ich angefangen zu trinken. Okay. Und alleine ganz viel in meiner Wohnung. Ähm, ich war, äh. Gab es da einen ausschlaggebenden Punkt, warum das, warum du angefangen hast? Ich glaube, ähm, ich war einfach einsam. Ich war so, äh, und ich wollte mich groß finden. Ich habe, also, ich habe immer noch dieses Problem gehabt, dass ich mich so klein gefühlt habe. Und ich müsste so groß auftreten immer. So, ja, ja, guck mal, hier bin ich, ja. Aber das war ich nicht. Ja, das war einfach nur eine Fassade, um durch das Leben zu kommen. Ähm, innen drin wollte ich mich umbringen. Okay. So, äh, war tatsächlich so. Also, äh, und wenn ich alleine war, könnte ich die Fassade nicht, äh, halten. Ich könnte, äh, so, ich, ich könnte diese, so, ich, äh, also, er hatte keinen Grund. Klar, wirklich, weil niemand da war. Und, äh, es war auch sehr anstrengend, sowas, äh, zu halten. Und ich habe, äh, äh, ich habe entdeckt, so, als ich alleine war zu Hause, äh, in Amerika kann man erst mit 21, äh, legal trinken. Richtig. Ich habe eigentlich Alkohol getrunken, als sie bei CalArts war, da war ich aber nie alleine. Ich habe da, äh, auf Campus, äh, gewohnt, so mit, äh, 100, 200, 300 andere Leute. Ja, war nie alleine. Wir hatten aber richtig viele Partys und so. Und, äh, so, äh, da haben wir auch andere Sachen gemacht. Nicht nur Alkohol. Okay. Und, äh, in meiner Familie hat niemand was getrunken. Niemand. Meine Eltern, die, also, ab und zu hatte mein Vater ein Bier. Meine Mutter hat nie getrunken. Das war, äh, irgendwie aus religiösen Gründen auch nicht gut angesehen. Mhm. Ja. Äh, äh, so, es war ein bisschen verboten. Ja. Was natürlich macht es umso süßer. Natürlich, klar, verbotene Früchte. Ja, verbotene Früchte. Und, äh, so, das war tatsächlich so. Und, ja, äh, äh. Du hast dann quasi angefangen, regelmäßig zu trinken? Ja, da, äh, in der Wohnung habe ich angefangen, wirklich täglich zu trinken. Irgendwas. Also, und dann habe ich, äh, geswitcht auf Wine. Ja, Wein habe ich, äh, so ganz gerne getrunken. Und ganz teures Wein auch. Teurer Wein. Ähm, äh, äh, weil, da könnte ich sagen, also, äh, ja, jetzt bin ich Kultur. Also, äh, kulturmäßig auch, äh, da und ich singe Opern und, äh, ich trinke schönen Wein. Und, äh, so, ja, genau. Was ich, äh, was ich entdeckt habe, in dieser Erfahrung, war das, äh, und ich könnte einfach nur denken, ach, ist das nicht schön. Ja, also, dieses schwebendes Gefühl, also von ein bisschen beschwipst oder komplett betrunken, was auch immer. Ähm, und das, dieses Gefühl, wenn ich jahrelang dann danach gefolgt, so, und es war schwerer und schwerer und schwerer. Was heißt jahrelang? Ja, also, äh, bis 2007. Oh, das ist eine andere Zeit. Ja. Bis 2007. Und das wurde schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und das, äh, so das Trinken hat mir meine Musikkarriere gekostet. Okay. Und, äh, das heißt, du hast in dieser Zeit nur getrunken oder hast du auch gearbeitet oder hast du... Doch, ich habe gearbeitet, also, es hat, äh, das ist ein lang schleichender Prozess. Also, das, äh, passiert nicht über Nacht. Äh, 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 wann wird man Alkoholiker? Mhm. Das ist eine große Frage. Und das habe ich, äh, lange Zeit, also, ich war so ziemlich lange in, äh, in den anonymen Alkoholiker in Amerika. Äh, 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 mehreren Jahren, äh, versuchen immer wieder, also Rückfall nach Rückfall nach Rückfall. Also, und das war immer die große Frage und die große, äh, äh, so, wann wird man Alkoholiker? Hast du die Antwort bekommen? Nein. 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 Also, ich weiß nicht, wann, wann der Punkt ist. Ich glaube, das ist so, es ist anders für alle Leute. Man wird, äh, so... Ich glaube, ich wurde Alkoholiker, als ich mir selbst gestanden habe, dass ich zu viel trinke. Mhm. Und das wusste ich schon. Ja. Wann hast du es denn gemerkt, dass sowas nicht stimmt? Kommt der Punkt überhaupt, wo man merkt, hier stimmt irgendwas nicht? Oder sagt man, ach, naja, ist ja ganz nett, ab und zu mal was trinken und vielleicht jeden Tag ein bisschen, aber ich bin ja nicht betrunken oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie... Wo ist da der Punkt? Ich glaube, ich war mein erstes Mal in der Klapsmühle, sag ich mal. Klapsmühle. Also, das darf man nicht sagen, oder? Doch, das darf man schon sagen. Bei mir darf man alles sagen. Bei mir darf man alles sagen. Bei mir darf man alles sagen. Also, so wirklich in einem, in einer Einrichtung. Machst du? Ja, mehrmals. Fürs Trinken, fürs Trinken. Ich war 24 Jahre alt und ich hatte mein Studium in Baltimore geschmissen. Okay. Ich musste, weil ich wirklich am Ende war. Da, 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 da war ein paar, ja, vielleicht können wir das so später, so, ich bin nach Italien gegangen, als ich da war und habe mein kleines Studium in Italien gemacht. Und dort in Italien hatte ich sehr viele Schwierigkeiten. Ich wurde vergewaltigt. Okay. Und zwar von zwei Männern, die in dem Orchester gespielt haben, wo ich studiert habe. Und ich war dann, so von dem Direktor von der Schule, haben die mir die Schuld gegeben, dass es passiert ist, weil ich betrunken war. Naja, klar. Ja. Also, ich, also, und, aber das, das hat sehr lange gedauert, bevor ich das durch meinen Kopf gekriegt habe. Gab's da, hast du irgendwie für die Konsequenzen durchziehen können? Nein. Nein. Nein, ich habe, ich habe die Konsequenzen bekommen. Ja. Ich war dann ein Pariah, also niemand, also niemand hat mehr, hat mit mir gesprochen. Also, die restliche Zeit in Italien war einfach nur grausam. Und ich kam wieder nach Hause und habe versucht, das zu überspielen, diesen Schmerzen zu überspielen, wie den Rest meines Lebens mit auftreten, mit groß sein und auch mit Alkohol. War unmöglich, irgendwann ist Schluss. Kann man sich das, ich habe da jetzt keine große Vorstellung, wenn du sagst mit Alkohol, was hast du getrunken? Hast du da eine Mengenangabe oder kann man sagen, ich habe eine Flasche Wein am Tag getrunken, pro Tag, oder wie muss man sich das vorstellen? Das hat sich versteigert. Am Anfang hat es nicht viel gebraucht. Nicht so viel. Ich könnte so zwei, drei, vier Biere trinken und eine halbe Flasche Wodka oder sowas. Also, das ist eigentlich wenig und je länger du trinkst, desto mehr braucht dein Körper, um überhaupt was zu spüren von dem Alkohol. Und irgendwann, es ist ganz krass und ganz, ganz gemein, irgendwann kriegt man das Gefühl nicht mehr. Irgendwann, dieses schwebende Gefühl existiert nicht mehr. Es ist einfach, du bist so und dann hast du deinen Pegel erreicht. Okay, ich bin normal. Und es war tatsächlich so, dass am Ende meines Trinkkarriers, sage ich mal, dass ich was trinken müsste, um überhaupt zu arbeiten oder überhaupt zu fahren. Ich könnte nicht mal fahren, ohne erst mal trinken zu müssen. Also stell dir vor, ich bin wie viele Jahre rumgefahren, total lit. Hat das nie jemand mitgebracht? Nein, ich wurde nie erwischt. Ich wurde tatsächlich von der Polizei einmal kontrolliert. Nicht für Alkohol, weil ich keinen Sitzgurt anhatte. Aber ich war total blotto. Also ich war blau wie sonst was. Wahnsinn. Die haben es nicht gemerkt. Die haben es nicht gerochen, nicht gemerkt. Ich habe viel Wodka getrunken, wegen der, ja, keine Fahne. Also wenig. Hast du nie das Gefühl gehabt, du musst dir jetzt Hilfe holen? Hast du nie diesen Moment gehabt, wo du sagst, jetzt muss ich mir Hilfe holen, ich schaffe das nicht alleine? Ja. Öfter. 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 Öfter, ja. Hast du dir auch geholt dann? Oder hast du es nur gedacht und es nicht gemacht? Nein, nein. Also ich habe tatsächlich, also wie gesagt, ich war mehrmals in Einrichtungen, sage ich mal. In Amerika haben wir keine Langzeittherapie und es ist sehr teuer. Ich war am längsten in Amerika, ich glaube zehn oder vierzehn Tagen. Ja, das ist ja nichts. Und ja, das ist nichts. Und damals haben die alle Leute zusammengetan, so die total richtig psychotische Menschen mit richtig sehr, sehr starke, ja, Psychose. Und die Alkoholiker, die haben die alle zusammengestellt und auch die Drogenabhängigen. Also wir waren alle zusammen in einer Gruppe. Hervorragend. Ja, super. Und auch die Therapeuten drin waren nicht spezialisiert auf Abhängigkeit, auf Sucht. Und das habe ich später hier in Deutschland so anders erlebt. Also ich war nie in Deutschland, also musste nie in Deutschland in irgendeine Klinik gehen. Also ich war schon trocken, als ich nach Deutschland kam. Aber gerade. Wie hast du es geschafft? Ja, das war so, wie ich sagte, so eine lange hässliche Geschichte. So ganz viel passiert dazwischen. Wie viele Jahre ging das insgesamt? Diese Alkoholsucht? 15 Jahre? 15 Jahre. Macht der Körper das komplett mit? Macht er da nicht irgendwann was? Ja, ganz oft. Logisch. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, wie lange das gut geht. Ja. Und ich hatte so fünf oder sechs verschiedene Jobs dann. Also als IT-Person und auch mit so einem Resümee ist das einfach, einen Job zu finden. Und es ist auch üblich für eine IT-Person, so ganz viel zu wechseln. So hab von einem Projekt bis zum anderen. Also dann nennt man sich Consultant. Und das fällt nicht so auf. Genau. Fällt nicht so auf. Ja. So, warum geht sie vom Job zu Job? Ja, sie ist Consultant. Ah, okay. Ja, macht Sinn. Hat dich mal jemand direkt angesprochen deswegen? Oh, ständig. Ja, natürlich so. Aber dann habe ich... Das Letzte, das ein Alkoholiker will, ist ein Spiegel. So vor seinem Gesicht zu halten. Ja, klar. Ja, das ist das Schwerste, das man machen kann. Ja, so konfrontiert mit der Wahrheit. Ja. Ja, ist so. Also es geht vielen Leuten so. Tja, aber irgendwann ist Schluss. Und ich war wirklich quasi am Ende, Ende 2006, Anfang 2006, 2007. Ich war zwei Jahre clean. Zwei Jahre habe ich geschafft, als ich da in Chicago war. So mit Hilfe von anonymen Alkoholiker. Also ich hatte eine tolle Gruppe. Jeden Tag Meetings, jeden Tag. So war ich immer mit diesen Leuten zusammen. Und dann habe ich was Doofes gemacht. Also ich war schon getrennt von meinem Mann. Also wir waren noch verheiratet, aber wir waren lange getrennt. Ja, ich habe einen Freund gekriegt. Einen neuen Freund. Und dieser neue Freund, der war auch Musiker. Der war Boogie Boogie Piano Player. Der Klavierspieler. Der Klavierspieler. Also ein geiler Klavierspieler. Ja. Ist so. Und ja. Was sich verliebt. Ja, ich habe mich verliebt. Und wie Alkoholiker das machen. Also er war auch Alkoholiker, aber auch trocken. So wie es ist. Also wir haben zusammen gelebt und ziemlich lange. Fast ein Jahr. Und dann irgendwann hat er einen Rückfall gehabt. Und fing an zu trinken. Also ich hatte nicht genug Selbstbewusstsein. Er hatte dich mitgerissen quasi. Er hatte dich mitgerissen quasi. Ja, er hatte dich mitgerissen. Und irgendwann in einen betrunkenen Rausch, hat er meinen Arm gebrochen. Und schlimm. Richtig schlimm. Ein dreifacher Bruch. Spiralbruch. Er war sehr, sehr stark und er hat einfach meinen Arm so gemacht. Ich wusste es nicht, dass es gebrochen war. Ich wusste, dass es weh tat. Aber ich war so dicht. Also selbst wusste das nicht. Ich bin tatsächlich jeden Tag zur Arbeit gefahren. Für vier, fünf Tage oder so. Und merkte irgendwann, mein Arm wird schwarz. Und irgendwann, also ich war damals Network Administrator. Und wir hatten diese riesengroßen Rohrmonitoren. Kannst du dich erinnern? Ja, diese großen Rohrmonitoren. Die schönen Flatscreens. Und siebzehn Zoll, um Gottes Willen. Die waren so groß. Und die haben so viel gewogen. Und ich habe eins, versuch mal eins zu heben. Und meine Arm ist in der Mitte gekriegt. Und eine Sekretärin ist fast in Ohnmarkt gefallen. Und sagt, du musst zum Krankenhaus. Da bin ich tatsächlich ins Krankenhaus gegangen. Die OP kostete 80.000 Dollar damals. Ja, zum Glück oder nicht zum Glück. In dem Krankenhaus arbeitete eine Freundin von mir aus anonymen Alkoholiker. Sie kannte uns. Und sie hat gesagt, das hat er gemacht. Auf jeden Fall. Und bevor die Polizei bei mir war, die waren bei uns zu Hause. Und die hatten ihn schon weggenommen. Und er war schon weg. Und was macht eine Alkoholikerin, die in so einem Krankenhaus liegt? Wurde von einem Freund den Arm gebrochen und so liegt da. Ich habe geheult. Ich habe geheult ihm nach. Oh nein, oh nein, das kannst du nicht machen. Ja, aber ich liebe ihn. Typische Geschichte. Es war echt hässlich. Aber da kam echt ein Drehpunkt. Als er im Krankenhaus war. Lustigerweise. Das hängt zusammen mit dem nächsten Abschnitt. Wie habe ich meinen Mann kennengelernt? Warum bin ich nach Deutschland gekommen? Wir haben zusammengearbeitet bei dieser Firma in Chicago. Wo ich am letzten war, als er im Krankenhaus war. Das war ein Shishi Krankenhaus. Also so richtig schick. Schickimicki Krankenhaus. Schickimicki Krankenhaus. An der North Shore von Chicago. In der Nähe von wo Oprah Winfrey wohnt. Okay. Ja, so diese Chirurg kam zu mir und er war richtig gut. Er hat meinen Arm gerettet. Die haben gedacht, dass sie das apportieren müssen. Und also ich habe voll Bewegung heutzutage. Also fast voll. Er kam zu mir und er hat mich angeguckt. Und er sagte, ich habe mein Talent an dich verschwunden. Verschwendet. Verschwendet. Ja, verschwendet. Das ist aber heftig. Ja. Er sagte, du bist ein absolut nichts. Ja. Du bist sowieso in einem Jahr tot. Das ist ja nett von einem Arzt. Zum Tag aber in einem Krankenhaus. Und kein Alkohol. Ja. Und wenn man so jahrelang trinkt und dann kriegt plötzlich kein Alkohol, fängt man an so schwitzen. So man hat Delirium, so DT sagen wir mal. Ja. Also das hatte ich alles. Ja. Und ich war echt am Leiden da im Krankenhaus. nicht nur von meiner Verletzung. Und er merkte das. Er wusste ganz genau, was da los war. Und er sagte, du bist nicht mein Talent wert. Na ja. Und ja, das hat mich echt getroffen. Klar, logisch. Ja. Wen nicht. Ja. Und das war die Zeit, als ich endlich entschieden habe, als ich zu Hause war. Das so spielte. Immer wieder. Wie ein Video in meinem Kopf. Dieses, du bist es nicht wert. Du bist nicht wert. Und dann plötzlich war es nicht mehr, du bist mein Talent nicht wert. Du bist blablabla. Es war einfach, du bist nicht wert. Ja. Diese immer wiederkehrende Geschichte, die ich mein ganzes Leben in meinem Kopf hatte. Ja. Seitdem ich meine Großmutter gehört habe. Seitdem die ganzen Kinder in der Schule mich gehänselt haben, weil ich zu dick war. Ja. Es war immer wieder denselben Satz. Ja. Du bist nicht wert. Ich habe gesagt, also weißt du was. Alkohol könnte es nicht schaffen. Ja. Es könnte es so decken. Jahrelang. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mit Alkohol nicht leben kann. Und ich bin auch an den Punkt gekommen, wo ich ohne Alkohol nicht leben kann. Ich kann nicht mit, ich kann nicht ohne. Ich sagte, also meine Zeit ist jetzt vorbei. Und da habe ich so echt eine bewusste Entscheidung gemacht, jetzt bringe ich mich um. Und ich habe gedacht, so. Also es war kurz vor knapp sozusagen. Ja. Ja. Und ich habe den ganzen Geld, den ich über hatte, was nicht viel war, alles an Alkohol ausgegeben. Ich habe mein Haus voll mit Alkohol und Zigaretten. Also damals habe ich auch geraucht. Und ich sagte, okay, ich werde trinken, bis ich sterbe. Sterbe. Also Ende. Ich werde nichts mehr essen. Ich werde einfach nur trinken. Und ich war dabei. Und dann, so, mein jetziger Mann, er hat mich bei der Arbeit vermisst. So, die hat mich schon gefeuert. So, ich fluchte jetzt aber nicht. Okay. Weil ich, ich habe nicht mal angerufen. Ja, so. Es war mir shit egal, ehrlich gesagt. Logisch. Und er wollte sehen, was mit mir los war. Weil wir waren befreundet. Und so, ich war die einzige Person, die die Zeit genommen habe, ihn irgendwie Chicago zu zeigen. So, der war alleine in einem Hotel. Ein Jahr. Als quasi Praktikant aus Deutschland. Ja, so. Und er war zehn Jahre jünger als ich. Ja, so, so. Er ist in seinem Auto. Er hatte ein Firmenauto gehabt. Und er ist zu mir gefahren. Das erste Mal und einzige Mal, dass er bei mir war. In dieser Wohnung. Und er hat geklopft, so wirklich an die Tür geklopft. So über 20 Minuten lang. Und ich habe nicht geantwortet. Aber ich habe so, ich lag da auf dem Sofa. Ich war, ja. Und ich wollte ihn nicht sehen. Ich wusste, er hat geschrien. Die Wände waren ganz papierdünn. Und ich wollte nicht, dass er mich so sieht. Und irgendwann, also er ist sehr persistent. Also das ist irgendwas, also immer noch. Da ist es immer noch. Also er gibt nie auf. Was ja in dem Fall auch sehr gut war. Ja, so damals ja. Aber jetzt ist es ätzend. Gut, das ist gut. Manchmal ist das so. Ja, genau so. Ja, aber so irgendwann habe ich das. Also ich war so wütend. Ja, also ich musste die Tür antworten. Also ich habe die Tür geantwortet. Und er kam rein und er hat das alles gesehen. Ja. Da waren Maden in der Küche. Da waren überall Zigarettenkippen und so leere Dosen und Flaschen. Überall. Das Einzige, das er gemerkt hat, das ich mir später erzählt habe. Ich sagte, ich war sehr überrascht. Das Badezimmer war sauber. Und du auch. Ich hatte immer geduscht. Ich habe immer meine Zähne geputzt. So seltsamerweise. Ja. Und er kam rein und hat alles gesehen und hat mich gefragt, ob ich leben wollte oder sterben. Was hast du geantwortet? Ich habe nicht geantwortet. Ich könnte nicht antworten. Und die Antwort war echt, das weiß ich nicht. Also er hatte ich einfach mitgenommen und hat gesagt, schloss aus. Er hat mich mitgenommen. Also er ist zum Schlafzimmer gegangen. Er hat eine Tasche gefunden und hat es mit, was er gesehen hat, befüllt. Und wir sind dann zusammen gegangen und ich bin mit ihm nur gegangen, weil er versprochen hat, mir Bier zu besorgen auf dem Weg. Okay. Ja. Der ist ein Lübner. Was er da nicht getan hat. Ich habe diesen Bier nie bekommen. Ich warte immer noch drauf. Okay. Aber wer hat dir damit das Leben gerettet? Der hat mein Leben gerettet, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe in seinem Hotelzimmer, wir haben zusammen in diesem Hotelzimmer, also es war 20 Quadratmeter vielleicht, vier Monate zusammen gelebt und ich habe da in dem Zimmer kalt Entzug gemacht. Wie muss man sich einen kalten Entzug vorstellen? Boah. Ich empfehle das nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Eigentlich, also ehrlich gesagt, es ist sehr gefährlich. Es ist super gefährlich. Ich hätte sehr einfach sterben können. Und heutzutage sagt mein Mann auch, der sagte, boah, das war echt… Hast du alles mitbekommen? Was hast du alles… Im Nachhinein. Also vieles habe ich nicht mehr gemerkt, dass mein Mann es später mir erzählt habe. Also ich bin so an der ersten Nacht, in der ersten Nacht, also er hat überhaupt kein… Sowas hat er nie im Leben gemacht, ja. Also da kommt von einer saureiche Familie und war immer Mamas Kind und hat nicht mal seine eigene Wäsche gewaschen. Also er hatte keine Ahnung, wie man sich kümmert um eine andere Person. Und ja, und dann plötzlich hat er das gemacht. Also er kann es auch nicht sagen heutzutage, warum er das gemacht hat. Es war einfach nur so. Manchmal ist das so. Ja, es ist so. Und ja, lustigerweise, also er musste rausgehen, um Tücher zu holen. Also er brauchte mehr Tücher. Und das erste war, er musste mich sauber kriegen. Ja, so ich war ja relativ sauber, aber ich habe gestunken, ja, so und war nicht so schön, sage ich mal. Und er hat mich rausgezogen und in der Badewanne gesteckt. Also wir waren kein Paar, wir waren nicht zusammen oder so irgendwas. Also er hat es einfach gemacht, ja. Und haben ihn in die Badewanne gesteckt. Er kam zurück und ich war unter Wasser. Super, dann rette dich einer vom Selbstmord und du ertrinkst in der Badewanne. Ich tricke in der Badewanne. Super, das ist ja. Er kam rein und sagte, oh shit, ja. Versuch mal mich zu retten. Ja, ja. Und ich habe das ganze Wochenende lang, das war ein Freitagabend oder Freitagnachmittag eigentlich. Samstag, Sonntag war ich komplett ohne Alkohol. Ich könnte nichts essen. Ich könnte kaum was runterkriegen, also trinken. Also ich habe versucht immer wieder Wasser, ein bisschen Wasser zu trinken. Essen ging gar nicht. Es war und ich habe nur Tremors gehabt. Also ich habe Dämonen gesehen, so über meinen Kopf. Also im Fliegen und rot. Mein Gott. Also was ich erlebt habe, das möchte meinen schlimmsten Feind nicht wünschen. Aber irgendwann war es dann vorbei. Irgendwann war es vorbei. Und mein Mann ist ein Urdeutscher und sehr deutsch. So in dem, dass er sagte, okay, jetzt gehst du wieder zur Arbeit und bettelst deinen Job zurück. So und natürlich, ich wollte das gar nicht machen. Ich sagte, wie peinlich, wie furchtbar, wie viel muss ich mich demütigen. Und er sagte, es muss gemacht werden. Da musst du durch. Ja, du musst durch. Also mein Mann hat mir so viel beigebracht, erwachsen zu sein, obwohl er zehn Jahre jünger ist als ich. Der ist mindestens zehn, fünfzehn Jahre im Voraus so, wie man lebt. Die haben einen Spruch in den Anonymen Alcorica. Die haben einen Spruch, wenn du anfängst zu trinken, hörst du auf zu wachsen, erwachsen zu werden. Das ist tatsächlich so. Weil ich war neunzehn. Und da bist du schon geblieben? Da bin ich schon geblieben. Ja. Ich könnte so wirklich komplex erwachsene Sachen so tun und machen. Aber wie man lebt und wie man so Verantwortung, Selbstverantwortung hat und übernimmt. Manchmal braucht man jemanden, der einen an die Hand nimmt und sagt, so, jetzt ist Schluss. Ja. Jetzt machst du das und das. Ja. Wieso das denn? Einfach die ganz, ganz einfache Sachen. Ja, das ist manchmal. Leben ist nicht immer einfach. Nein. So ist es auch nicht. Also der hat mir so viel beigebracht. Und die sind, was ich jetzt heutzutage daran denke, als deutsche Qualitäten. Ja, Pünktlichkeit habe ich immer noch ein sehr großes Problem damit. Es gibt Schlimmeres. Das stimmt, aber dieses, wie heißt das, wenn du, wenn du sagst, wenn du versprichst, irgendwas zu machen und dann machst du es tatsächlich. Ja. Mhm. Weil ganz oft in Amerika, du sagst, ja, ja. Also diese Floskel, Floskel, so eine Oberflächlichkeit habe ich 100% verloren. Ja, also ich bin nicht mehr oberflächlich. Es gibt doch viele, die sagen so, wie geht es dir? Wie geht es dir? Ja, genau. Das ist eine Frage, niemand muss so mich fragen. Da kriegt man hier noch ein Erfolg. Nein. Also, aber solche Sachen, wenn ich sage, ja, okay, ich komme zur Arbeit. Also, wenn ich, wenn ich irgendwas zu tun habe, dann tue ich das auch. Und also, und ich gebe mein Bestes. Ja. Und ich nehme Sachen ernst, die ich früher nicht ernst genommen habe. Und ich habe so viele Sachen gelernt, nicht nur von ihm, aber so von ihm Besonderes in dem Bereich. Und ich bin tatsächlich wieder zurück zur Arbeit gegangen. Toll. Heutzutage sage ich mal, frisst den Frosch. Mhm. Also, wenn du, wenn, wenn du einen Teller vor dir hast und es gibt ein schönes, saftiges Steak, ja, so drauf und ein Frosch, der daneben sitzt, was isst du zuerst? Ja. Und, ja, so, ich habe jetzt gelernt, naja, ich frisse den Frosch. Ich frisse den Frosch zuerst und dann kriege ich das Steak später. Aber dadurch habt ihr euch ja verliebt ineinander. Ja. Ja. Und in diesen vier Monaten, also in 20 Quadratmeter irgendwann, ja, so, da war Interesse auch da, so von Anfang an. Aber wirklich, und er hat so dagegen gestrebt, ja, er sagte, du, du bist geschieden. Also, das ist noch eine Sache. Er sagte, bevor, bevor wir nach Deutschland gehen, ja, so musst du dich scheiden lassen. Ja, klar. Also, ich habe nicht mal darüber nachgedacht, ja. Hast du jemals gezögert, nach Deutschland zu gehen oder hast du gesagt, ja, das ist eine Chance, die ich wahrnehmen muss, wer weiß, was sonst noch kommt? Weißt du, ich war immer, wie ich sagte, so am Anfang, ich war immer abenteuerlich in meinem Leben. Mhm. Es war noch ein Abenteuer in einerseits. Andererseits, ich habe gesagt, was habe ich zu verlieren? Natürlich, nichts. Also, ich hatte gar nichts. Wirklich null. Ja. Und ich kam nach Deutschland tatsächlich mit zwei Kartons. Also, ich hatte zwei Koffer mit, als ich nach Deutschland kam und habe zwei Kartons von zu Hause in Kalifornien schicken lassen. Ja. Nichts mehr. Reicht. Ja, reicht. Um anzufangen reicht das. Wieder anfangen. Das war, ich weiß, 37 damals. Ja, macht ja nichts. Macht nicht. Macht nicht. Ja, so nach den vier Monaten waren wir ein Paar und irgendwann war sein Visum um. Ich glaube im November, dann musste er wieder nach Deutschland, sonst kriegt er Ärger. Und dann, wir haben meine alte Wohnung. Wir mussten das komplett ausmisten und abgeben. Und das war ekelhaft. Das ist schwierig. Das haben wir zusammen gemacht. Wir haben mein Auto gepackt mit allen unseren Sachen und sind nach Kalifornien gefahren. Wir haben eine gute Woche und ich habe ihm ein bisschen von Merkel gezeigt. Ja, also wir waren in Grand Canyon und Las Vegas und haben eine Rundreise gemacht in Kalifornien. Der wollte aus irgendeinem Grund UCLA sehen. Also die große Universität da. Ja, das ist auch schön da. Und San Francisco. Wir haben ihm ziemlich viel gezeigt. Es war eine schöne Reise. Und dann ist er nach Deutschland geflogen. Und dann zwei Wochen später war ich drin. Und das war, ich kam nach Deutschland am 17. Dezember 2007. Und dann fing dein neues Leben hier an? Dann fing mein neues Leben an. Mein letzter Trinktag war 22. Juli 2007. Großes Kreuz im Kalender? Jedes Jahr, ist immer noch, ist Relation jetzt. Obwohl ich hier in Deutschland nicht in den anonymen Alkoholiker bin. Mein Mann, der hat mich in diesen vier Monaten jeden Tag, also wie haben wir das geschafft? Er hat von mir alles weggenommen. Schlüssel, Geld, Kreditkarten, alles mögliche. Ich hatte nichts. Und ich durfte nirgendwo hin. Alleine. Nie. Weil unser Alkoholiker... Die Versuchung ist zu groß. Ja, ja. Es ist zu groß. Und wir lügen uns am besten an. Wirklich. Ja. Er hat mich jeden Tag zu den Meetings für anonyme Alkoholiker gebracht. Und dann abgeholt. Und die haben diese Münzen, diese Medaillons für Jahre, für besondere Zahlen. 24 Stunden, dann einen Monat, dann zwei Monate, bla bla bla, bis zu einem Jahr. Und dann haben die die Jahre. Okay. Und dann kriege ich von meinem Mann eine Medaille. Eine Münze. Und die hebst du alle auf? Ich habe die alle. Ja. Von 24 Stunden an. Also ich habe die wirklich alle. Ich habe keine verloren. Dieses Jahr hat er für mich eine Holzbox gekauft. so mit Plastik. So für, ich glaube, Münzensammler. Münzensammler. Ja, ja. Wo man sich die Münze reinschieben kann. Genau. Aber die sind groß genug. Die ganzen Medaillen passen rein. Und jetzt habe ich die alle. Hast du damals, als du in dieser Alkoholgeschichte warst, überhaupt mal daran gedacht, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen? In der Richtung? Ich wollte nie Kinder haben. Also ich wollte wirklich nie Kinder haben. Weil ich wollte Kinder so mein Leben und meine Probleme aussetzen. Du hast jetzt zwei Kinder? Ich habe zwei Kinder jetzt. Aber spät angefangen? Sehr spät. Ja. Also ich hatte eigentlich Gebärmutterhalskrebs mit 25. Also mehrere OPs gehabt. Und die haben mir damals gesagt, dass ich keine Kinder kriegen könnte. Okay. Das war für mich überhaupt kein Problem. Die amerikanischen Ärzte? Ja, die amerikanischen Ärzte. Ja. Mein Mann, der hat gesagt, die deutschen Ärzte können das. Ja. Ich hätte ihm glauben müssen. Also tatsächlich, ich hatte das erste Kind, Ivy. Also ihr habt zwei Töchter. Ivy, sie ist jetzt zehn Jahre alt. So fast elf. Ich war 40. Okay. Als sie geboren war. Und bei Willow war ich 44. Also das war auch sehr schwierig. Ja, das glaube ich. Aber es ist ja Gott sei Dank heute nicht mehr so das Problem. Ja. Es war aber ein bisschen komisch im Kindergartenalter so, wenn er so, oh bist du die Oma? Na ja. Echt? Hat das einer gesagt mal? Oh doch. Echt? Ja. Ja. Okay. Auf jeden Fall. Kommt ihr mit Musik in Berührung, die Kiddies? Meine ältere Tochter spielt Harfe. Oh. Ja. Also richtig große Harfe und spielt sehr gut. Meine kleine Tochter hat gerade angefangen Schlagzeug zu lernen. Schön. Ja. Das heißt, du wirst später irgendwann mal ein Auge auf die Kinder haben, wenn es um das Thema Musik geht? Oh, auf jeden Fall. Und du wirst wahrscheinlich versuchen, sie die Fehler machen zu lassen, die du gemacht hast? Natürlich. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass ich muss das einfach lassen. Die werden ihren eigenen Weg finden. Ja, das finden sie immer. Genau. Und wenn ich und mein Mann, ja man macht nie alles richtig, man macht immer Fehler als Elternteil. Das wäre ja fatal, wenn man alles richtig macht. Ja, aber wenn die Grundlage da ist, so wie man lebt und wenn du das vorlebt für den Kindern, was ein gutes Leben ist. Und die immer lieben und immer akzeptieren, was die tun wollen und wie die sind und akzeptieren für sich selbst, wie sie sind. Die werden nie drin geraten. Ja, also die werden es nicht nötig haben. Das ist es wohl. Also die werden es nicht nötig haben. Natürlich werden die trinken. Ich hoffe, dass die das genießen können und Spaß haben können. Ja, am Anfang könnte ich das auch. Aber da muss ich echt vorsichtig sein. Ich darf nichts sagen und werde auch nicht. Wissen die, was Mama für Musik macht? Ja, natürlich. Im Video. Sie waren im ersten Video auch. Ja, aber das ist ja nicht das einzige, was du machst. Nein. Also das ist das neue Projekt. Genau. Dann haben wir B51 North und da habe ich mehrere Songs geschrieben. Jetzt haben wir schon zwei aufgenommen und zwei Videos, zwei andere Videos haben. Es gibt mehrere Songs. Man muss eigentlich die Zeit haben. Sind die veröffentlicht? Kann man die sich irgendwo anhören? Nein, noch nicht. Leider noch nicht, weil ich bin auch voll berufstätig als IT Administrator. Es ist schwierig, alles unter einem Hut zu haben. Ich gebe auch Klavierunterricht und ich gebe Gesangsunterricht. Ich singe in zwei Chören. Gibt es in diesen ganzen Formationen, in den ganzen Bands, die du jetzt gehabt hast, eine, wo du sagst, ja, das war mir am wichtigsten, das hat mich am weitesten weitergebracht? Oder sagst du, Band ist Band, Musik ist Musik? Nein, also die sind immer sehr wichtig. Also Band ist Familie. Band ist nicht nur Musik, Band ist Familie. Und die Bände in Bersenbrück natürlich, meine Erfahrung mit denen hat mich am weitesten gebracht. Welche war das? Die heißen Feeling Good. Feeling Good. Ja, die existieren noch, aber Corona hat natürlich seinen Ton gemacht. Ist alles die Richtung? Das ist Death Metal. Death Metal, okay. Das ist richtig Death Metal. Wenn du Death Metal hören möchtest. Ja, genau. Ich weiß, was das ist, aber ich bin verpflichtet zu sagen, dass die ein Album raus haben. Das heißt, wie heißt das denn? Indicted from Misconception. Also ein geiler Titel. Ja, so richtig cooler Titel. Die Musik ist, also wenn du in der Richtung magst, die Musik ist echt cool. Und Sven schreibt das alles selbst. Und ich habe so viele hervorragende Musiker kennengelernt, auch in dieser Gegend hier. Wahnsinn, was für Talente es hier gibt. Ja, es gibt viele tolle Talente, die eigentlich ihr ganzes Leben lang unentdeckt bleiben. Was ich schade finde. Wie ich. Ja, das kann sie ja vielleicht auch durch Halbzeitgedanken ganz schnell ändern. Ja, gucken wir mal. Schön wäre es natürlich. Wissen deine Kinder von dieser Geschichte? Ich sag mal, meine große Tochter, also groß ist übertrieben, die ist zehn. Sie weiß es jetzt. So vielleicht, ich glaube sie hat das von mir erfahren, im Sommer. In den Sommerferien oder so kurz am Ende, am Ende des Sommerferiens. Also weil die Kinder die sehen, dass natürlich Papa trinkt. Also wir haben so viel Alkohol in unserem Haus. Es ist Wahnsinn. Aber trotzdem. Hast du dir keinerlei Ambitionen mehr? Nein. Nein. Es hat wirklich klick gemacht bei mir. Und ich habe wirklich gar keine Lust mehr. Das ist super. Es ist wie, ich behandle das wie eine Allergie. Wenn ich eine Erdnussallergie haben würde, esse ich keine Erdnussbutter. Und esse ich keine Erdnüsse. Ja, das ist eigentlich auch ein richtiger Weg. Klar. Das macht eigentlich Sinn, oder? Ja, macht Sinn. Total Sinn. Das ist gut, dass du da einen Weg gefunden hast. Absolut. Ja. Ich habe keinen Todeswunsch heutzutage. Wenn ich eine Erdnussallergie haben würde, gehe ich nicht raus und esse Erdnüsse. Klar. Außer wenn ich ins Krankenhaus laden würde. Das ist genau das selbe für mich. Ja. Aber ich benutze diese Metapher jetzt nur, um das jemand anders zu erklären. Ich muss das nicht mehr für mich haben. Ja. Das passiert nicht mehr. Aber du sagst schon, Leuten, die sich in so einer Situation befinden, holt euch Hilfe. Macht nichts allein. Oder was gibst du Leuten, die dem Alkohol zugeschrieben sind, mit auf den Weg, wenn es um ihre weitere Zukunft geht? Oder wenn es darum geht, wegzukommen? Oder kann man das nicht pauschalisieren, weil das zu individuell ist? Es ist beides. Es ist natürlich individuell und es ist pauschal. Es ist wirklich beides. Es kommt darauf an, wo du sitzt. Weil wenn du die Person bist, die betroffen ist, nur du bist wichtig. Ja. Und du fühlst dich so alleine, wie niemand anders in der Welt das erlebt hat, was du gerade erlebst. Und das muss auch in Betracht genommen werden. Weil so natürlich die Probleme von diesen einen Personen sind auch Unikaten. Ja. Weil er ist ein Unikat. Sicherlich, klar. Ja, sie. Was auch immer. Ja. Die müssen gesehen werden. Es kommt darauf an, warum die angefangen zu trinken haben. Das ist sehr unterschiedlich. Also normalerweise ist die Geschichte von Männern anders als die Geschichte von Frauen. Ja, das ist klar. Das stimmt, ja. Die kommen klar nicht mit dem Leben. Die kommen sich mit sich selbst nicht klar. Die können sich selbst nicht akzeptieren. Ich weiß, was du meinst. Es ist dann schon im Grunde genommen so, dass man sagt, ohne Hilfe ist es schwierig rauszukommen. Es ist sehr schwierig, aber man muss bereit sein, um diese Hilfe anzunehmen. Das ist klar, ja. Ich habe so viele Leute in meinem Leben gesehen, die Hilfe geholt haben und dann wieder hochfällig sind. Und dann Hilfe wieder geholt. Natürlich, klar. Man muss, das ist mit dem Rauchen so, mit dem Abnehmen, wie auch immer. Keine Ahnung. Du musst eine Initialzündung haben, die einem sagt, jetzt musst du was tun. Jetzt musst du was ändern. Ja. Die AAs sind voll mit Sprüchen. Sie haben Sprüchen ohne Ende. Und so eine von meinen Lieblingssprüchen dann ist, also, I am sick and tired of being sick and tired. Ja. Und das ist, das ist auch, wenn man bereit ist an diesem Punkt. Man muss diesen Tiefpunkt in seinem Leben erreichen, wo man denkt, es geht nicht mehr. Um wieder aufstehen zu können. Ja, genau. Aber wenn diesen Tiefpunkt nicht erreicht wird, es geht immer tiefer. Du hast ja in den 15 Jahren, die du dann in deiner, kann man sagen Alkoholsucht verbracht hast, gar keine Musik mehr gemacht. Nein. Und du bist dann ja nach Deutschland gekommen. Ja. Hast du Musik wiedergefunden? Ich wollte es nicht. Ich hatte riesige Angst. Weil das war für mich die große Enttäuschung in meinem Leben. Ich könnte mich selbst nie vergeben, dass ich das losgelassen habe und dass ich das fallen lassen habe und komplett weggeworfen. Alles, was ich gelernt habe, war weg. Und das war emotional hoch zehn. Für mich war das Thema verboten. Aber wie ich sagte, mein Mann ist sehr persistent. Und er sagte, nein. Wir wohnten damals in Bielefeld, die erste Stadt, wo wir gewohnt haben. Und er sagte, du gehst zum Chor. Und ich sagte, nein. Du gehst zum Chor und lernst andere Leute kennen. Also es war die perfekte Gelegenheit, ein bisschen mehr Deutsch zu lernen. Also ich war auch hier die ersten sechs Monate in der Sprachschule. Deswegen kann ich überhaupt Deutsch sprechen. Und er sagte, es ist wichtig, dass du rausgehst und kommst unter Leute. Also er hat damals auch erkannt, ich bin einfach ein sozialer Mensch. Ja, es ist so. Also ich bin ein Rudelmensch, ich muss zusammen mit anderen sein. Und tatsächlich, ich habe einen sehr, sehr schönen Kirchenchor da angeschlossen. Und habe wieder angefangen zu singen. Also ich musste mich alles wieder beibringen. Die Muskeln waren total weg. Aber aus diesem Kirchenchor und aus dem Singen ist ja heute zum heutigen Punkt Beast 51 entstanden. Ja, das stimmt. Und was ist so Beast 51? So, ganz lustig. Also ich war das erste Mal, dass ich wirklich Rock'n'Roll gesungen habe. Also ich war in Bersenbrück. Ich war immer klassisch unterwegs. Ich habe ganz oft in der Kirche gesungen. Und so für Hochzeiten und Beerdigungen und Taufen, was auch immer. Und eine Rockband probte gegenüber von uns. Und die haben irgendwie, ihre Sängerin wollte was anderes machen. Und die waren auch eine Sängerin. Und er hat von mir gehört und sagte, könntest du dir vorstellen, das zu machen? Und ich sagte, ja, aber ich muss meinen Mann fragen. Alles klar. Ich war auch drei Monate schwanger mit meinem zweiten Kind. Und ich sagte, ne, so ein halbes Jahr muss ich Pause machen. Ja, weil dann werde ich ein kleines Kind haben. Aber tatsächlich, mein Mann sagte, ja, natürlich. Und er fand das auch cool. Und dann hat es ein Jahr gedauert, bevor ich richtig Rock'n'Roll singen könnte. Also, dass ich das gelernt habe. Und das richtige Rock'n'Roll, das hören wir uns jetzt mal ganz kurz an. Wir schauen da mal kurz rein, was ihr so macht. Ja, können wir machen. Ja. Das ist schon was anderes als klassische Musik. Ja, ein bisschen, ja. Dieses Lied war mein erstes Attempt, Heavy Metal zu singen. Ich war früher mit Blues, Rock und Soul unterwegs. Und das war auch ein erstes für mich. Was bringt es zurück zu Beast 51? Ja, weil dieses Lied hier war ein Projekt zusammen mit einer anderen Band, die heißt Size Beast. Okay. Und letztes Jahr, Anfang Corona-Zeiten, das musste jetzt letztes Jahr sein, ja. So anderthalb Jahren jetzt schon, habe ich ein Lied geschrieben. Krone-Lied, so und es war einfach ein Witz. Ja, also ich habe es als Witz geschrieben und es explodiert. Das ist die Arschkarte? Arschkarte, ja. Genau. Und dadurch habe ich Kontakt mit diesem Studio gemacht in Barnsdorf, wo unser Kopi arbeiten produziert. Also der ist echt ein Gottsend. Ja, das ist richtig toll. Und er hat meinen Namen weitergegeben an Sven Stoppeberg, der Mastermind hinter P Machinery, hier so diese Coverversion von Propaganda. Und er brauchte eine Sängerin und Kopi sagte, ich kenne eine, eine gute. Und er hat so mein Talent hochgelobt und er sagte, ich muss diese Frau kennenlernen, sagt er. Und ja, also dann kamen wir alle zusammen und es hat ein Jahr gedauert, aber wir haben das letztendlich geschafft. Und boah, was für eine Erfahrung war das alles. Und wir, das Tolle dabei ist uns drei, also die zwei Svens und Christy, wir sind ein unschlagbares Team. Ja, wir haben alle unsere Rolle. Wir kennen das und was es ist und wir machen, also wir wissen, was wir zu tun haben und wir tun es einfach. Und es ist wirklich total geil. Also das wird auf jeden Fall nicht das Letzte, das du von uns siehst. Das ist schön. Ja. Das heißt, die Musik wird beibehalten. Ihr bleibt da in dieser Richtung dran. Echt? Ja, du kannst sowieso stolz auf dich sein. Der ganze Werdegang, den du jetzt an den Tag gelegt hast, das zu schaffen, ist eine tolle Leistung. Und dann wieder mal anzufangen ist schon eine ordentliche Hausnummer. Aus irgendeinem Grund ist es mir immer ein bisschen peinlich zu hören. Es ist schwer für mich zu hören, weil ich habe das Gefühl, ich habe so viel mehr zu schaffen in diesem Leben. Nein, du hast den Weg beschrieben und wie gesagt, hinfallen ist keine Schande. Ja. Liegen bleiben ist, finde ich, blöder als aufzustehen. Immer aufstehen. Immer aufstehen. Liegen bleiben, hinfallen kann man mal. Und du bist das beste Beispiel dafür, dass es zu schaffen ist. Auch wenn es nicht einfach ist, aber es ist zu schaffen. Ja, also man könnte auch sagen, ich wünsche mir, dass ich das anders gemacht hätte. Aber, und die ganzen Erfahrungen, die ich durchgemacht habe. So, das mit meinem Bruder und das mit der Vergewaltigung und das mit dem Alkohol. Und hast du nicht gesehen. So viele schlechte Entscheidungen oder einfach nur, ich weiß nicht, was mir so zu dem Punkt gebracht hat, so die Sachen zu machen. Aber irgendwie hat jeder Scheiß-Moment in meinem Leben und jeder gute Moment auch mich an diesen Punkt hier heute gebracht. Ja. Und wenn irgendetwas sich ändert, also anders wäre, hätte ich vielleicht meine Kinder nicht, wäre ich nicht hier in Deutschland. Du hast so einen schönen Spruch, wer weiß, für was es gut ist. Ja. Genau. Ach, ich könnte eine Stunde lang mit dir weiterreden. Ja. Aber ich habe auf die Uhr geschaut und dachte, mit Gottes Willen, wir waren überzogen, aber das macht überhaupt nichts. Gibt es irgendwas, was du den Zuschauern und Zuhörern von Halbzeitgedanken noch mit auf den Weg geben kannst? Gib nie auf. So, du weißt nie, was morgen passiert. Morgen könnte komplett anders sein als heute. Das stimmt. Das ist ein schönes Schlusswort. Ist so. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte, dass du hierher gekommen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an mein Team und an die Firma Infinity Labs, in deren Studios wir heute drehen durften. Und lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und ich sage vielen Dank. Vielen Dank an dich. Vielen Dank an euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Frank.